Hallo und so Leute, es war der Wettbewerb, mal der Körter, deliktiert, Butchenbuket, Nico und mir nehmen euch guten Tag. Guten Tag. Hi. Hallo. Ich gehe davon aus, dass das Setup heute fabulös ist und deswegen war ich e-park. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Mit dem Setup müsste man eigentlich bloß nachts fahren. Ja, eigentlich schon. Wir brauchen Toads Auto. Aber dann siehst du auf YouTube nichts mehr. Erst recht nicht, wenn du in Firefox guckst. Bist du eigentlich mitbekommen, dass ihr Firefox als Browser Videos dunkler anzeigt als andere Browser? Hä? Ja, der hat einen anderen Renderer. Deswegen sehe ich nie was. Achso. Musst du generell irgendwo anders dann heller einstellen. Ey, was ist das für ein Sound? Boah, das Ding hier, oi, 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 das ist ja voll hier am Bollern, das Ding hier. Oi, oi, oi. Der braucht aber auch mehr als zwei Liter. Ich höre mal gar keinen Game-Sound, war lustig. Wäre ich gar keinen? Nö, ich höre im Fernsehen laufen. Ich habe irgendwie das Gefühl. Aber ganz leise. Ich habe irgendwie das Gefühl, das fühlt sich irgendwie langsam an, ne? Ja, voll. Ja. Das ist 150? Wo ist der jetzt bei den, bei den... Es fühlt sich so anders, sag ich mal gucken. Ja, es fühlt sich wie 150 an. Ich glaube, ne, die Kurven sind doch zu schnell, dafür wird. Boomerang. Also, das Setup sieht wenigstens cool aus, ne? Ohne, ohne Frage. Wer macht da dann eine Bombe hin? Äh, Nico. Ja, klar. Oh nein, Reifen. Alter. Ach, schöne Strecke auf jeden Fall. Nico. Jetzt fängt schon wieder an, ne? Jetzt fängt schon wieder an, dass du mich nervst, ja? Der Bucket nervt mich jetzt auch mit deiner Scheiß... Danke. Oh, doch nicht. Okay, Bucket, alles cool. Oh, ich bin voll 200. Alles gut, ich mach gar nichts. Ich kann nicht mal irgendwas machen, weil ich gar nicht bin. Du wolltest mit deiner Roten abwerfen, ja? Ja, weil ich so eine Achter hatte, da muss man einfach mal alles durchstehen, so ein bisschen, weil der interessanten Kram dran kommt. Ja, Reifen. Reifen. Oh, 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 oh Ah, klar. Hyrule? Hyrule. Hyrule? Hyrule Pizza. Passt ja. Ja, ja. Passt zum Mercedes. Wir sind früher in Hyrule auch immer Mercedes gefahren. Die Stadtleute aus Oboti. Keine Ahnung, wer die sind. Sind das nicht diese komische Wachen aus Schreck? Aus Schreck, ja? War ich auch, ja. Na? Durch die 1 oder 2. Los, jetzt die Schalter machen. Alle drei, sehr schön. Ui, Spaß. Was? Das waren nicht alle drei an. Doch. Nein, wir nicht. Bei dir nicht, weil du vorne warst. Alter! Was, wie hat die dich getroffen? Aber du hast uns komisch zu fragen, die hat mich seitlich getroffen. Ach so? Bei mir war das ganz komisch, die war vor dir, ne? Und auf einmal war die beide weg. Ach, er kriegt den Bananen, oder was? Weil die wollte eigentlich zu Bucket. Nein, ich hab noch so eine bekommen. Bei mir wollte die echt zu Bucket. Okay. Dann mach ich mal klar, die so komisch ein, seit ihr war jetzt mal bei. Bei Josh gehabt. Ja, Bucket macht den zweiten. Habe ich? Ja, ich hab mich nicht getraut. Alles gut. Wow. Oh. Wie eine, ey. Wenn das eine letzte Runde gewesen wäre jetzt hier, ne? Das wäre aber spannend, so. Ne. Wäre ich ja letzte. Jetzt spannend. Besser trotzdem. Ach ja, die Bananen. Da kommt Bananen links neben mir, vor mir, überall diese Scheiß, Digga. Nein, die ganze Mane. Warte, 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 warte. Die Bananen. Ach, fuck. Oh, die Bombe. Ach, die Bombe halt. Also, Bucket, mit deiner Performance bin ich gerade nicht so zufrieden. Ich aber schon. Ja. Huff. Huff. Oh. Alter. Finde ich gut. Okay, sechs Punkte werden's schon. Böhn. Sechs kannst du schaffen. Bin da vorsichtig optimistisch. Sechs sind drin, mindestens. Was, sechs ist drin? Ja. Wenn du brav bist. Okay. Du musst nur freundlich sein. Ja, stimmt. Und ich dachte immer, Frauen würden auf die aggressiven Männer stehen. Deswegen war ich immer so ein Rebell und hab ein Müsliriegel aus dem Regal geklaut. Oh mein Gott. Böse. Toad Service. Services. Ja. Das sind Toads. Ja. Die machen auch alles für Geld. Ja, jetzt machen wir Nacht. Und Autos, wie passend. Ich wollte das Taxi nehmen, hat nicht funktioniert. Boah, was war das im Sprung? Was ist das eigentlich für eine beschissene Autobahn, wo es Gegenverkehr gibt? Ja, ohne Mitte. Vor allem wechseln die auch noch, ne? Oh, LKW. Ja, moin. Ja, schieb mich doch jetzt. Ist okay. Ja, komm. Geh doch heim. Ach Gott. Äh. Das ist ein Rindviech. Ach ja. Dann schieß ich halt nicht nach vorne. Ach komm, der hat noch mehr. Hm, da kann sogar noch mehr kommen. Der hätte ich nie mehr getroffen, oder? What? Wie weit ist der vorne? Schnauze. 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 Schau, wie leise der immer ist, ne? Ich habe einen Stern als Dritter bekommen. Und... Der Krieg hat nichts Anständiges. Ich kriege Sterne. Ich habe einen Kugel-Willi als Zweiter eingesetzt. Ich bin rausgeflogen. Ich bin rausgeflogen. Aus der Map, oder? Ich war zu hoch. Natürlich, die Rakete hört genau im A-Fans-Autos auf. Also ich dachte, du hättest mal alles Connect gehabt. Ach so. Hm. Ja, okay. Dann halt nicht. Ich krieg noch eine vorbei. Danke. Oh nein, Bucket. Oh, er kriegt das. Jetzt hat er noch ein Kugel-Willi. Oh, Bucket. Ja, ich habe Angst gehabt. Aufsehen. Okay, Nico, warst du ein Pickel? Was denn? Immer anständig hier. Oh ja, also. Was habe ich gemacht? Ich trau mich was hier. Wüsste ich anständig. Ah, okay. Da musst du mich wohl bestrafen. Das will er doch nur. Denkste? Oh, das ist schwer mit dem Auto. Oh nee, warum immer Babypark? Babypark ist gut, wir hatten die erst einmal heute. Nur einmal. Zweimal, oder? Oder dreimal. Ne, dreimal haben wir sie definitiv. Butschen, anstatt nicht bleiben. Ach komm, ist das ernst? Ich merke schon, ich merke schon, ja, ja. Nein, Butschen will das machen! Und die Rote gibt die. Sag mal, habt ihr nichts anderes zu tun, oder was? Nein! Halt die Rote! Ach komm, Backett! Ja, hier, da. Warum geht die auf mich? Hast du Bock? Butschen, hast du uns überrundet? Du bist gegen die Rote gespielt. Ja, hat er! Der hat uns überrundet. Der macht ja nichts anderes, der fällt ja nur, der Kerl. Der spielt auch keine MIP, außer die. Mann, warum bin ich jetzt weiter? Halt doch mal wieder Scheiße auf! Wieso ein Fuck-Item! Kack hier auf! Fahr mal richtig so ein Rennen! Mann! Ich fahr doch, ich fahr! Boah, jetzt bin ich letzter wegen dieser Scheiße! Bye, Joel! Nein! So! Oh, geil! Gott des Willens! Nice, easy 6. Frag doch einfach mal! Boah, jetzt sind wir wieder an den Bucket! Boah, jetzt ist es wieder eng! Jetzt ist es wieder richtig eng! Boah! Gönnt doch mal! Gönnt doch mal! Gönnt doch mal! Du warst gerade eben Erster, hä? Bruder gönnt mich! Mit dem Butsch auf seiner Heimstrecke geschlagen, dann ist er richtig sauer! Ja, ich merke schon! Boah! Dann wird er das richtig, ne? Da ist Polen offen dann! Boah! Ich überrunde euch und überrunde mich trotzdem noch! Das ist geil! Er rundet uns dann wieder einfach zurück! Ja, er ist... Ich hab nur nen Yoshi hinter mich gesehen! Obwohl ich Fütter war! Dann war er ja auch! Und dann hat er alles abgekriegt! Ja, genau deswegen, ne? Dann ist er gegen meinen Stern gefahren! Ja, dann war er wieder in der Schuss Zweite! Hat gepasst! Das würde so geil sein! Würdest du hier so 32 Runden geben in einem beim Babypark oder so? Boah! Das würde so geil sein! Mit 10 CC! Mit 10 CCM und dann nochmal 5 Items mehr pro Runde! Oh ja! Boah! Wir sind dann 1 CCM auf dem Babypark steckt! Das war aber keine gute Idee, hat er gemeint! War auch, ähm, war nicht so spannend! Wer hat das gemacht? Ach, keine Ahnung! Weil irgendwie, ich hab so ein Video gesehen, 1 CCM vs. 1999! Boah, das... Ja! Diese 9000er sind auch interessant! Da fliegst du halt nur rum, ne? Ja! Ja, genau! Schieß ja, so schnell raus! Ach komm! Die wurde mir doch niemals angezeigt, gefühlt! Bombe? Nee, die rote, die mich getroffen hat! Nachdem ich der Bombe ausgewichen bin! Bagget! Wir nehmen dich! Wutschen! Bagget! Was denn? Okay, danke! Nein! Wow, die Banane da! Wow, die Banane da! War das Spiel geblieben, damit er doch schon reinfährt, der Limmel? So! Ach, der Calamari! Nein, ich bin meine eigene Banane! Ach, Calamari, was machst du mit mir? Okay! Wie viele hast du denn? Hä, die... Aber die... die wurde mir jetzt auch nicht angezeigt, die rote, ne? War mega weird bei mir auch gerade einmal! Ich... Ich hab die wirklich nicht gesehen! Ich hab nur noch hinten... Die grünen! Die unten wurde nicht angezeigt, die rote! Danke! Mit dem Treff ich wenigstens was! Ja! Hast mich schon den Snipen, da hast du recht! Der schwarzen Josh ist einfach nur... Nein! Ah! Nein! Okay! Ich komm da nicht rüber! Ich weiß bei der Strecke nicht... Hä, was war's denn? So! Ah, war blauer! Er war blau-blau! Wie schnell bist du denn da mir vorbeigezogen? Dachte ich schon so... Blau-blau! Blau! Nein! Ja! Scheiße! Ja! Ja! Ja, Mann! Er hat ihn doch überholt! Ja! Oh nein! Ja! BAM! Danke, Bucket! Sehr gut gemacht! Was? Was hat Bucket da gesetzt? Die blaue! Ich weiß nicht, die blaue! Nein! 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 Was war denn das? Die blaue hatte nichts damit zu tun! Das war meine Bombe! Achso! Ich dachte, war die blaue! Ne, die blaue... Ich hab das gut gemacht! Was anderes hör ich hier gar nicht! Ja! Das hast du auch! Ich hab das super gemacht! Die blaue hat mich motiviert stehen zu bleiben! Wunderbar! Guter Junge! Ja! Was war da denn jetzt passiert? Niko war raus! Ja, war's wohl! Meine Capture Card ist auf RIP gegangen! Ich hör keinen Sound mehr! Oh, fuck! Ja, war's wohl! Oh nein! Warte mal! Ich hör keinen Ton mehr! Meine Capture Card zeigt nichts mehr an! Pass wohl! Ich muss mit ne Strecke grad wählen! Okay! Ja, du hast ja schon... Mal wieder... Deine Mutter haben eins wieder lieb mit uns! Kannst du wieder funktionieren, bitte? Oh... End... Oh, oh! Oh, fuck! Dominik hat zwölf, ne? Ja gut, dann ähm... Spiel ich halt ohne den Spiel Sound, okay! Wir haben jetzt keinen wichtigen Cup! Die Punkte, die stehen, die sind da! Ja! Genau! Ah, Mann! Wir haben keine Gesamtwerte, für die's relevant wär! Ich hör den Sieg grad super allein! Das ist halt vom Kopf, oder? Ja, nein! Stimmt! Huuu! Da wollte ich nicht lang! Zu weit! Wand! Oh! Und schon, was bietest du da eigentlich? Für was? Für den Sieg in der Gesamtwertung! Gar nichts! Wir werden das einfach tun! Da spielst du irgendwie richtig langweilig ohne Ton! Das ist doch richtig langweilig! 70 Grad, ne? Der Knüffn! Könnte besser sein! Nein! Nein! Wieso bist du hinter mir? Wieso zum Teufel bist du denn hinter mir? Du warst doch die ganze Zeit vor mir! Nein! Auf einmal kommt das so ein buntes Scheißteil angerauscht! Ja! 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 Und dann irgendwie an der Abkürzung hat er rumgekämpft mit sich selber! War gut, Josh? Hat dir gefallen? Ja, war lecker! Danke! Okay! Ich dachte, ich bin eh letzter! Deswegen kann ich machen, was ich möchte! Auf einmal kommt das! Nein! Das war ich ja noch für eine Scheiße! Nein! Easy! Wunsch! Hast du auch? Ich kipp den Kopf! Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist jetzt Ernst, darf ich zwei Mal in einer Session passen! Nee, oder? Aha! Aber letztes Mal war der ganze Route weg! Ja, jetzt ist er auch gerade relativ still, also! Aber man hört ihn noch! Ey, mein OBS zeigt gerade immer wieder ne kurzes Gameplay an! Ich hab Angst! Das reicht! Alles ist kaputt jetzt! Alles kaputt! Barocat! Hat alles zerstört! Nee! Ist der noch da? Wutschen, hallo? Ja, 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 ja! Okay! Boah, ich hab jetzt schon Befürchtung, dass du noch mehr abgeraucht ist, als nur die Switch, die aus der Dock gesprungen ist, oder so! Wie wurde ich denn? Zweiter insgesamt, nachher! Nächste, ich bedanke mich für's Zuschauen dieser Folge! Bis zum nächsten Mal, tschüss, tschüss! Tschüss! Tschüss!